Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Endlich ist es soweit, die neuen AMD Ryzen 5000er CPUs mit der Zen 3 Architektur sind da und heute schauen wir uns die Teile mal ein bisschen genauer an, denn eins kann ich euch sagen, das ist eine der spannendsten CPU Launches der letzten Jahre und hat einfach ohne zu übertreiben das Potenzial Intel erstmal von der Prozessor-Landkarte zu pusten. Denn so viel kann ich vorwegnehmen, die neuen CPUs sind einfach extrem krass geworden und ich hätte es tatsächlich nicht gedacht, dass der Leistungssprung mal wieder so immens sein wird. Bevor es losgeht, möchte ich mich aber noch bei Gigabyte Aorus bedanken, dafür dass sie dieses Video unterstützen und mir ein tolles Board zum Testen bereitgestellt haben, absolute Ehrenmänner und viele Grüße gehen auch an AMD raus für das Nicht-Bereitstellen meiner Test-CPU, warum der Test auch ein bisschen kompakter ausfallen wird, heute ist nämlich Dienstag und der Launch ist am Donnerstag, sodass ich tatsächlich nicht viel Zeit zum Testen hatte. Ich denke aber trotzdem, dass ich euch alle relevanten Infos bieten kann und natürlich gibt es auch wie gewohnt die Benchmarks und Spiele-Tests. Ich habe mir für euch die wohl interessanteste, weil aktuell günstigste CPU aus dem aktuellen Line-Up beschafft, den AMD Ryzen 5 5600X und damit den direkten Nachfolger des Ryzen 5 3600X, den wir ja auch beim letzten Launch getestet haben. Wir werden also einen guten Eindruck davon bekommen, was demnächst im Mainstream-Segment Standard sein wird, denn auch beim 3600X war es ja so, dass der normale 3600er in Sachen Spieleleistung quasi gleichauf war und man sich das Geld für die X-CPUs sparen konnte. Die Non-X-CPUs werden natürlich mal wieder ein bisschen später kommen. Aber wie gesagt, der Test gibt eben einen kleinen Ausblick auf die Zukunft, denn der 3600er zum Beispiel ist inzwischen selbst im 600-Euro-PC verbaut und wenn ich mir anschaue, wie verdammt schnell der 5600X ist, dann bin ich einfach unheimlich gehypt auf die nächsten Jahre, weil wir ja auch bei den Grafikkarten gerade einen echt krassen Leistungssprung gesehen haben. Ich will aber nicht weiter um den heißen Brei reden, ihr seid mit Sicherheit schon genauso gehypt wie ich, aber bevor wir jetzt gleich zu den Benchmarks und Spieletests kommen, schauen wir uns die CPU und Zen 3 nochmal kurz im Überblick an. Mit Zen 3 hat sich die Architektur nochmal deutlich verändert. Die größte Änderung ist, dass wir jetzt statt 16 MB L3 Cache und 4 Kernen pro CCX Cluster direkt 8 Kerne mit 32 MB L3 Cache haben, wodurch die internen Latenzen deutlich verringert werden. Und so hat uns AMD in der Präsentation ganze 19% mehr IPC versprochen, was auf den ersten Blick ziemlich hochgegriffen aussah. Weil wir ja zusätzlich auch mal wieder deutlich mehr Takt spendiert bekommen haben. Beim 5600X jetzt offiziell bis zu 4,6 GHz Turbotakt und der Basistakt beträgt 3,7 GHz. Wir haben nach wie vor 6 Kerne und 12 Threads und die TDP liegt übrigens bei 65 Watt und auch da ist AMD besonders stolz drauf. Zen 3 ist nach eigener Angabe bis zu 2,8 mal so effizient wie ein Intel Core i9-10900K. Vorbei sind also die Tage, an denen man sagen konnte, AMD CPUs eignen sich im Winter auch gut, um die Bude warm zu halten. Soviel jedenfalls schon mal an Infos zu den CPUs und jetzt schauen wir uns noch kurz mein Testsystem an. Das schicke Board, auf dem ich die CPU testen durfte, ist nämlich das X570 Aorus Extreme, also das High-End Mainboard aus dem Hause Gigabyte. Und High-End heißt hier wirklich High-End, weil das Board ist glaube ich krasser ausgestattet, als jedes andere AM4 Board, was ich bisher testen konnte. Neben der mega geilen Optik mit kompletter Abdeckung über das gesamte Mainboard und dem vorinstallierten IO-Shield haben wir auch noch eine riesige und mega hochwertige 16-Phasen-Spannungsversorgung mit Infineon-Mosfets und die werden wie man sofort sehen kann auch top gekühlt, weil hier wirklich fette passive Kühlkörper mit ordentlich Kühlfläche zum Einsatz kommen und es reicht selbst für die fettesten Ryzen 9 CPUs. Und wenn wir schon beim Thema Kühlung sind, das Aorus Extreme ist auch so ziemlich das einzige X570 Board, das keine aktive Kühlung für den Chipsatz braucht, weil das alles passiv über fette Heatpipes gelöst wurde. Ansonsten haben wir natürlich jedes erdenkliche Feature, was man sich nur wünschen könnte, eine fette RGB-Beleuchtung, ein Aluminium-Cover, eine Backplate, 10 Gigabit LAN, natürlich WLAN, PCI Express 4.0 und ganze drei M.2-Steckplätze, die das unterstützen, offiziell bis zu 4400 MHz RAM-Support und natürlich den ALC1220 Soundchip, der durch einen zusätzlichen DAC unterstützt wird. Und was besonders cool ist und auch mir bei dem Video hier weitergeholfen hat, man kann das BIOS dank Q-Flash Plus auch ohne CPU updaten, sodass direkt die neuen 5000er CPUs verwendet werden können. Das restliche Testsystem besteht aus einer RTX 3070 Founders Edition, einer Corsair IQ H100i RGB Pro XT 240mm AIO, insgesamt 32 GB Corsair Dominator Platinum RGB-Arbeitsspeicher mit 4000 MHz, die auch direkt und anstandslos funktioniert haben, einer 1 TB großen Corsair MP600 PCI Express 4.0 SSD, weil im Gegensatz zu Intel unterstützt die X570-Plattform ja PCI Express 4.0 und mit Strom versorgt wird das alles von einem 1000 Watt starken Corsair HX1000 Netzteil. Und damit kommen wir jetzt auch endlich zu den Benchmarks und Spiele-Tests. Und ich kann es nur sagen, haltet euch fest, denn als erstes habe ich mal wieder das Cinebench R15 getestet. Und im Single-Core-Test erreichen wir einfach mal 255 Punkte, direkt im ersten Anlauf. Das ist mit Abstand der beste Wert, den ich je in dem Benchmark erreicht habe, selbst übertaktete CPUs kommen da nicht ansatzweise ran und ich hatte ja schon den 10.900K von Intel abgefeiert für seine 221 Punkte beziehungsweise auf 5,3 GHz übertaktet 230 Punkte und jetzt schaut euch einfach mal an, wie alles andere einfach nur vernichtet wird von dem Teil. Das ist schon heftig zu sehen, weil es ist halt die in Anführungszeichen günstigste Zen 3 CPU und die teureren takten ja noch höher. Wie ihr sicher merkt, bin ich schwer beeindruckt davon, AMD hat also nicht zu viel versprochen, was die IPC angeht und ihr wisst ja, Single-Core-Leistung ist auch fürs Gaming sehr relevant, darum war ich umso gespannter auf die Spiele-Tests. Im Multi-Core-Test erreichen wir mit 1874 Punkten ebenfalls einen ziemlich krassen Wert. Lasst euch von den noch längeren Balken nicht täuschen, das sind alles viel teurere CPUs. Wir reden hier wie gesagt aktuell quasi vom Einsteiger-Modell und sowohl ein aktueller Intel-Core i5-10600K, also eine 250-Euro-CPU und ein 3600X, also der direkte Vorgänger, werden deutlich geschlagen und selbst zum 8-Kerner, also dem 3800X, fehlt wirklich nicht mehr viel. Für die, die es interessiert, blende ich noch kurz die Cinebench R20-Werte ein. Auch hier zeigt sich dasselbe Bild, was die Single-Core-Leistung angeht, wird selbst ein i9-10900K einfach vernichtet. Und damit kommen wir jetzt auch direkt zu den Spiele-Tests. Die habe ich in 720p getestet, auf maximalen Einstellungen, nicht weil irgendjemand mit so einem System noch auf der Auflösung spielen würde, das wäre ziemlich krank, sondern mir ging es einfach nur darum, komplett im CPU-Limit zu testen, damit wir die größtmöglichen Unterschiede rausarbeiten können, eben ohne dabei von irgendwelchen anderen Faktoren, wie zum Beispiel der Grafikkarte beeinflusst zu werden. Im Video seht ihr aber natürlich WQHD-Benchmark-Szenen. Angefangen habe ich mal wieder mit dem neuen Benchmark von Rainbow Six Siege, was relativ repräsentativ für die meisten E-Sports-Games ist. Hier setzt sich der Ryzen 5 5600X mit durchschnittlich 488 FPS sogar an die Spitze der Liste. Verglichen mit dem Ryzen 5 3600X hat die CPU einen Vorsprung von knapp 30% und zum über 500 Euro teuren Top-Modell von Intel sind es immerhin noch knapp 3%. Wir sprechen hier natürlich von FPS-Zahlen jenseits der 300, also Differenzen, die man im Spiel selbst kaum wahrnehmen kann, trotzdem wirklich beeindruckend. Weiter ging es dann mit dem Benchmark von Shadow of the Tomb Raider. Das zeigt uns beim Ergebnis immer schön die genauen CPU-Werte an. Hier erreicht der Ryzen 5 5600X durchschnittlich 175 FPS, was nicht ganz der Wert von einem 10900K ist. Dafür liegen wir aber gleich auf mit dem 9900K, also das letzte Flaggschiff von Intel. Und der eigene Vorgänger wird wieder um knapp 30% abgehängt. Als nächstes war der integrierte Benchmark von Far Cry 5 an der Reihe. Hier erreicht die CPU einen Wert von durchschnittlich 145 FPS, liegt also wieder gleich auf mit dem 9900K und ganze 16% vor dem Ryzen 5 3600X. Der 10900K ist in dem Spiel knapp 7% schneller. Im Anschluss habe ich dann noch Assassin's Creed Origins getestet, einfach weil das einen unglaublich CPU-intensiven integrierten Benchmark hat. Hier erreichen wir durchschnittlich 114 FPS, liegen also wieder gleich auf mit dem i9 9900K, 7% vor dem 3600X und 7% hinter dem 10900K. Weiter geht's mit Battlefield 5, auch ein sehr schöner CPU-Benchmark, und da erreichen wir im Schnitt sehr starke 172 FPS, womit wir über 20% vor dem Ryzen 5 3600X und immerhin 4% vor dem i9 9900K liegen. Wir sind zwar immer noch 6% hinter dem 10900K, aber wir vergleichen ja eigentlich Äpfel mit Birnen, weil der Ryzen 5 5600X halt die aktuell günstigste AMD-CPU aus dem Lineup ist, ein 6-Kerner, und der 10900K die teuerste CPU aus dem Intel-Lineup, ein 10-Kerner. Und gemessen daran ist es schon wirklich mehr als beeindruckend, was das Teil leistet. Ich meine, nicht nur, dass wir in Cinebench einen absoluten Rekordwert erreicht haben, im Gaming ordnet sich die CPU auf Augenhöhe mit einem i9 9900K ein, und die CPU war bis vor ein paar Monaten noch das Nonplus-Ultra, was Gaming-Prozessoren angeht. Klar, der 10900K ist hier und da noch ein bisschen schneller, kostet aber halt auch doppelt so viel, und ich denke, dass die größeren Zen 3 CPUs auf jeden Fall das Zeug haben, Intel zu entthronen. Ich für meinen Teil war auf jeden Fall absolut geflasht von der Gaming-Leistung, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten noch kurz zum Thema Temperaturen und Taktraten. Auf einzelnen Kernen habe ich einen Boost-Takt von bis zu 4650MHz gesehen, also 50MHz höher als angegeben, und der All-Core-Turbo lag zwischen 4,3 und 4,4 GHz. Was die Temperaturen angeht, habe ich selbst nach etlichen Runs in Cinebench dauerhaft unter 60 Grad gehabt, was mal wieder eine tolle Sache ist, von Intel sind wir an der Stelle ja anderes gewohnt. Fassen wir also nochmal kurz alles zusammen. AMD hat mit Zen 3 wirklich rausgehauen und vor allem die Versprechen erfüllt. Wir haben eine krasse IPC-Steigerung gesehen, in Cinebench R15 im Single-Core sogar mit deutlichem Abstand einen Rekord aufstellen können, und in den Spieletests liegen wir auf Augenhöhe mit einem i9-9900K und je nach Spiel ca. 15-30% von einem Ryzen 5 3600X. Ich kann mir also gut vorstellen, dass wir die CPU in Zukunft in vielen, vielen PC-Bilds sehen werden. Und ich bin wirklich mehr als gespannt, wie Intel darauf reagieren wird und ob sie da überhaupt noch irgendwie reagieren können, weil ganz im Ernst, die Zeiten, dass wir bei Intel solche Leistungssprünge gesehen haben, sind lange vorbei. Ansonsten interessiert mich zum Abschluss natürlich mal wieder eure Meinung. Wie findet ihr die neuen CPUs? Habt ihr vielleicht sogar vor, euch eine zu kaufen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu dem Thema so zu sagen habt. Und damit soll es es jetzt auch mal wieder von meiner Seite gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.